Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Crystal Edition. Ich habe mich von meinen Abonnenten etwas schlau machen lassen und habe erfahren, dass aus dem Ei, was wir hier bekommen haben, irgendein Baby-Pokémon schlüpfen kann. Also werde ich es nicht mitnehmen. Ich weiß ja nicht, welches Ei, äh, welches Pokémon sich daraus entwickelt, ob es nun ein Pichu wird oder ein, keine Ahnung was. Und das Risiko will ich nicht eingehen. Das Einzige, was ich mir noch überlegt habe, welches Pokémon ich unbedingt in meiner Truppe haben möchte, werde ich jetzt besorgen. Ich habe meine rote Edition nochmal reingeschmissen und habe nochmal ein bisschen überprüft, welche Pokémon welche VMs erlernen können. Und da ist mir ein Pokémon ganz besonders aufgefallen. Ich hoffe nur, ich kann es hier schon fangen. Hm, ich glaube in der Silberner Edition ging das gar nicht. Nicht einmal angeknabbert. Okay, nochmal. Oha, da hat etwas angebissen. Hoffentlich das, was ich brauche. Nein, einen Carpador wollte ich eigentlich nicht. Die schlimmste Attacke von allen Platscher. Aber, das stört uns weniger. Hauptsache wir können in diesem Video noch das Pokémon fangen, wovon ich gesprochen habe. Es hat wieder etwas angebissen. Wieder ein Carpador, das ist doch schlecht. Und wir machen das Blatt mit Rasierblatt. Was soll es? Ein bisschen kostenloses Training hilft uns. Vielleicht. Unter Umständen. Oh Gott, wo konnte man dieses Pokémon nur fangen. Ein Hornliu wollen wir nicht. Das wisst ihr ja. Rasierblatt. Nicht sehr effektiv, aber Hornliu ist trotzdem besiegt. Ganz großes Glück hätte ich jetzt natürlich, wenn das Pokémon nur bei Nacht auftaucht. Dann habe ich es so gut wie verspielt. Lob, lass dich nicht von so einem Giftstapel beeindrucken, ey. Macht das Vieh platt? Yes. Genau. Juhu. Und nochmal. Wow, da hat etwas angebissen. Ein Quapsel. Aber nein, auch dieses Pokémon will ich nicht haben. Du kannst mir zu wenig, mein Freund. Komm schon, lass es eins sein. Nee. Los, Lorblatt. Mach ein Rasierblatt. Wir haben wieder gewonnen. Ja. Doch bevor ich hier meine ganze Zeit vertrödel und doch kein Pokémon fange, das ich brauche, gehen wir doch mal nach oben. Weil vielleicht brauche ich ja für das Pokémon auch eine super Angel. Könnte ja sein, unter Umständen. Ah ja, ein Polizist also. Ich weiß, dass ich Pokémon gut aufziehen kann. Möchtest du dich davon überzeugen? Na dann, zeig mal her. Kämpfer Bodo möchte kämpfen. Er schickt ein Enton in den Kampf. Ja, genau dieses Pokémon suche ich. Und ich hoffe, ich kann es ganz schnell finden. Ja, Level 27. Camper Bodo wurde besiegt. Das habe ich dem falsch gemacht. Knight erhält 280. Pokodonel schickt einen Teil nach Hause. Ja, wie konnte man das hier machen? Jo. Wer schmacken? Äh. Wo musste ich jetzt hin? Ich weiß es nicht mehr. Wir schauen uns einfach ein bisschen um. Die Stadt ist ja groß genug. Äh, ja. Ständig verliere ich in Kämpfen. Und meine Pokémon werden immer besiegt. Das mag der Grund sein, warum mich meine Pokémon nicht mögen. Okay. Behandelst du deine Pokémon gut, werden sie dich regelrecht lieben. Oh, lass mich dein Lohrblatt sehen. Es verhält sich dir gegenüber sehr freundlich. Es muss glücklich sein. Wenn ich meinen Pokémon ein Item gebe, dann freut es sich. Okay. Das haben wir ja schon gemacht. Die Welt ist ein Radweg. Fahrradladen. Ich bin hierher gezogen, aber ich kann meine Fahrräder nicht verkaufen. Warum nur? Würdest du ein Fahrrad fahren und so Werbung machen? Jo. Ja, großartig. Gib mir bitte Namen und Nummer. Dann leih ich dir ein Fahrrad. Night light sich ein Fahrrad aus. Night check Fahrrad in Basis Items. Meine Fahrräder sind 1. Klasse. Du kannst sie überall fahren. Okay. Damit haben wir zumindest ein Ziel erreicht in diesem Video. Wenn auch nicht das, was wir wollten. Wir haben immer noch kein Anton. Obwohl ich unbedingt eins will. Wir könnten ja nochmal das Quiz anfangen oder wir machen das in der nächsten Folge. Ein besonderes Quiz beantworte die 5 Fragen. Richtig, um ein Radiomodul zu gewinnen. Stecke es in dein Pokécom, um überall zu jeder Zeit Radio hören zu können. Okay, möchtest du für's Teilnehmen? Ja, möchte ich. Frage 1. Gibt es ein Pokémon, das nur vormittags erscheint? Wahrscheinlich ja. Korrekt. Frage 2. Ist diese Aussage korrekt? Du kannst Bären nicht im Supermarkt... äh ja, stehen... ja. Richtig, Frage 3. Ist Vm1-Split? Nein. Nicht übel. Frage 4. Ist Falk der Arenaleiter von Viola City der Vogel-Pokémon-Arena? Ja. Wieder richtig. Und jetzt die letzte Frage. Ist bei dem einarmigen Banditen in der Spielhalle von Ducatia City ein Clou-Manda auf einer Rolle abgebildet? Wenn ich jetzt zwar kacke, äh, ich denke mal ja. Oh Gott. Dann machen wir das Quiz in der nächsten Folge nochmal und wir sehen uns dann später. See you later, Leute.